Nun bringen wir das Ganze zu Ende. Menschen von Sipok! Ewende Kreaturen erfährst! Eure Zeit ist ertoben! Wir müssen helfen. Ich räume hier auf. Lenk du den Mistkerl ab. Halt es durch, Leute. Hilfe! Bitte! Du musst uns beschützen! Ja, also! Ja! Was ist das? Alter! Das stimmt nicht! Willst du einen Zaubertrick sehen? Volltreffer! Geh! Verpacken Sie! Geh! 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 Voll auf die Zwölf! Geh! Geh! Verdammt! Geh! Hasta la vista, baby! Wow! Zeit für eine Runde Zielübungen! Zeit für eine Runde Zielübungen! Zeit für eine Runde! 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 Die Tantos! Zeit für eine Runde! 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 Du musst auch was erledigen, stimmt's? Viel Glück. Gib gut Acht. Hast du deinen Freunden Liebe wohlgesagt, Frey? Die Fragmente schützen den wunden Punkt in seinem Zentrum. Zerstreute sie und greift sein Herz an. Sinter ist bei euch. Kämpft vereint. Auf geht's. Ich werde euch weiter auslöschen. Ich muss diese Kackvögel irgendwie loswerden. Sinter, Feuer! Ich werde euch weiter auslöschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt kriegst du Fett aufs Maul! Wie? Wie kann die Macht der vier Tantas sind? Du meinst wohl... der Fünf. Du, Schwäppchen, du hast deine Mutter sterben sehen und willst trotzdem gegen mich kämpfen. Wie fühlt es sich an, machtlos zu sein? Ich will dich leiden sehen! Hier hab ich... Sofort stehen bleiben! Geh auf und verschmeible! Renn mich an! Das müssen wir nicht beim Ende nur! Ich bin meine drei Tiere! Oh, ja! Oh, komm schon! Halt! Oh, die Sonne am Leben! Verdammt! Verkräftiger Heldin wirklich nicht mit! Voll auf die Schwölle! Da! Der Herd! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Juhu, Alter! Leck ihn weg! Der Sinn ist ja schmeißen! Geh raus! 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 Ohne mich wärst du niemals so weit getroffen! Ohne mich wärst du auch ziemlich aufgeschmissen gewesen! Geh raus! 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 Für Hight? Noch hast du mich nicht besiegt. Die Rache ist meint, dass du wüsstest, Frank! Nein, du wüsstest, Frank! Sorry, ich lass dich, Sir Paul, nicht zerstören. Die Rache ist meint, dass du wüsstest, Frank! Und es schlürt dich nicht, wenn Unschuldige dafür sterben müssen. Was ich schlürt, ist nicht wahr. Ich habe alle Auftrag gehalten und Aufträge gehalten müssen. Ich hab dein Bullshit so dermaßen sass! Du bist verantwortlich für dein Handel! Haha! Du wirst mir nicht entkommen! Nein! Ich darf nicht verlieren! Nicht weg! Was ist das? Glaubst du, dein Sieg wird für Gerechtigkeit sorgen? Gerechtigkeit ist mir scheißegal. Ich will dir einfach nur in den Hintern treten. Ich wurde geboren, um Effia zu vernichten. Seine Bewohner, seine Tantas, alle bis gestern! Das war eine Qual, dich zu kennen! Mist! Woher broke? Was ist das? Was ist das? Es war eine Qual, dich zu kennen. Mist! Ah, jetzt ist es tight. Das ist jetzt nicht so. Das ist nicht so. Untertitelung ab 20.04.2021 Komm! Voll auf die Zwölf! Ich geh! Jetzt nicht auf! Hasta la vista, Baby! Warum nimmst du dafür so viel in Kauf? Weil ich dir die Freude am Sieg nicht gönne! Oh, Alter! Bist du bereit? Bist du bereit? Warum? Warum stehst du noch? Weil die Leute sich auf mich verlassen. Kannst du's spüren, Reich? Den Anfang vom Ende? Wir werden sehen, wer übrig bleibt. Hier. Volltreffer! Zulat! Ich hab die ganze Zeit versucht wegzulaufen, aber ich will nicht mehr vor meinen Problemen fliehen und auch nicht vor dir! Hab dich! Bringen wir's zu Ende! Drücken! Free! Du bist weniger als nichts! Drücken! Nicht enttäuschen! Bringen wir... Zu Ende! Bereit, Reif? Stimmt weh! Reif! Ich kapier' nicht, wieso! Du wirst es nie kapieren! Wie könntest du? Du nutzloses, niederes Wesen! Hast recht! Vielleicht kann ich's nicht! Aber eins ist sicher, du bist nicht allein! Auch wenn's dir so vorkommt! Oh, bitte! Jetzt ist es! Schau mal auf den Weg! Du wirst es schon für dich erschießen! Geh! Nein, nein, nein! Nein! Ben! Du gehst nirgendwo hin. Und ich auch nicht! Oh! Bitte wach! Bitte, wach auf. Frey! Steh auf, Mädchen. Was liegst du denn da so faul? Was ist passiert? Tantas Segen. Du hast gesiegt. Echt jetzt? Echt jetzt? Au. Nein, jetzt. Au. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Da bist du ja, Orden. Joe Hedy sucht nach dir. Oh, äh, ja, natürlich. Ist nicht wahr. Du wirst gebraucht. Na schön, dann bis später. Grüß, Joe, von mir. Und jetzt geht die Arbeit los. Mann, das ist eine Menge Welt für eine Frau allein. Da ist es gut, dass ich nicht solo unterwegs bin. Stimmt doch, oder, Reif? Nenn mich Armberge. Ja. 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 Ja.